So, ich habe noch mal wieder ein bisschen englische Süßigkeit bestellt. Catberry Diary Milk Big Taste Toffee Whole Nut 24 x 43 Gramm So, dann wollen wir die mal antesten. Die hatte ich nämlich bis jetzt auch noch nicht. Okay. Das sind einfach nur Einfach nur Schokoriegel mit Nüssen drin. Mal gucken. Habe ich mir wie immer bei Lebensmittelsonderposten bestellt, weil ich da gerne bestelle. So sieht das von innen aus. Ja, ist nicht so intensiv. Ist wirklich, doch ist lecker. Ich hatte schon mal Sachen, die haben wirklich gruselig geschmeckt. Gerade wenn es so um japanische Süßigkeiten geht, weil es war schon wirklich anstrengend. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja in meinen Videos gucken. Da ist irgendwo eins über japanische Süßigkeiten, die waren wirklich zeitweise echt grausam. Aber die hier gegen... Auf jeden Fall, ich weiß nicht, woran sie mich erinnern. Irgendwie... Ja. Vom Geschmack her vielleicht... Ja, ich weiß es nicht. Nee. Ich hätte jetzt gesagt Hanuta, aber das ist ja Quatsch, weil da ist ja Karamell mit drin. Die schmecken wirklich gut. Aber sie sind doch sehr süß. Ich werde die Dinger verlinken unten. Und wenn ihr euch die bestellen solltet und die schmecken euch, lasst mir den Laum da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.